Als ECORA-Team werden wir oft gerufen, um Schluss mit Schlamm und Matsch zu machen. Worauf Sie beim Verbessern oder Neugestalten Ihrer Anlage achten sollten? Ganz einfach. Auf das deutsche Qualitätsboden-Kita Ecoraster, auf eine umfassende Betreuung vor Ort und darauf, dass Sie alles aus einer Hand zu Toppreisen bekommen. ECORA – Wir sorgen für optimale Böden.